Willkommen zum gerne in der Show. Nämlich Worms Revolution, mit mir und Pascal, mir. Ja, mit mir und mir. Genau. Ja. Gens 1 vs. 1 oder 4 vs. 4, wie man es auch immer will. 1 vs. 1 stimmt schon. Achso, ja. Mit 4 Spielern. Also Worms. So, wer bin ich? Ist das die Frage? Gelb. Oh, bestimmt. Guck mal zoomen. Die Karte ist aber ziemlich langweilig. Zufällig. Boah, das ist sehr aufgeteilt, wenn man schaut. Ja. Doch, mit Erd. Guck mal. Achso, mit sehr guter Karte. Du hupfst ein bisschen rum. Ein bisschen. Ha. Mist. Nein, das ist gut gefährlich. Oh, oh. Ah, es ist immer überlebt. Oh, na, Dynamit. Das ist gut, aber für mich ist auch gefährlich. Hintergrund. Punkt. Oh, oh. Oh, der hat überlebt. So viel mehr. Einz vs. eins. Das war sowas von. Du machst alle hin. Was hab ich da? Ja, das wird Luftschlag. Was? Jetpack oder? Ach gut. Probier ich mal ein Jetpack? Wir haben zur Zeit nichts ge- Ich hab auch mal gedruckt und aus was. Nur mal. Ich hab's nicht noch mal auch. Eben. Drauf bleiben musst du halt. Nein, nicht mehr. Nicht? Nein. Bisschen dick umgehen. Ich weiß nicht, ob ich noch was machen kann. Mit der Wur. Dann hab ich noch was vor. Bunkerbombe. Ich verstehe. Bisschen dick umgehen. Bisschen dick umgehen. Bisschen dick umgehen. Naja. Dress. Äh. Ja. Hm. Die Runde war's. Ich drück nach Reich und ich spring. Failed. Failed. Und aufgrund dass ich zwei Schaden genommen hab, hab ich eine Wunde vorbei. Bunkerbombe. Währends daneben steht. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Wäck hier! Wäck hier! Boah, der überlebt auch noch. Hupf nicht runter. Jetzt ist es vorbei. So, wie macht er das? Ach, jetzt genug. Wäck hier. Wäck hier. Wäck hier. Wäck hier. Wäck hier. Jetzt ver kriegt er das vorher ihr Tende? Ja, ich bin gut. Da kannst du mich wohl nicht rein haben. Nein, das kann ich nicht. Also, wenn du es schaffst, dann bist du ... Ohne zu wissen, was er macht. Ohne zu wissen, was er macht. Wäck zurück. Malwurf runterkragt? Ich glaube nicht, dass das so einemarke Idee war. Äh, vor allem wenn er nicht runtergräbt. Das tut er zuerst, glaube ich. Ah. Aber vielleicht geht das so aus für den Mr. Wurm. Nein. Okay, ein Versuch auswärt. Ich wüsste nicht, was er macht. Sekretiver Name, oder, Mr. Wurm? Ja. Ah, da ist er schon. Jetzt kannst du raufgraben. Genau. Ich brauche nur Buckabombe. Soll ich nur Wachtanone, Telekinesen, Brennen... Äh... Überfall. Ja, da ist ein Malwurf. Jetzt kommt der auch ein Malwurf, oder? Schau auf. Ja, man kann zoomen. Ja, weiß ich. Ja, eben. Wo steht der? Das war gefährlich. Was haben wir noch? Benzinbombe. Reporter? Nein. Ein Lenker. Wir hätten nicht viel erreichen können. Ja. Ist das denn jetzt bitte? Beamen, oder? Ich probier's nicht. Zwei da unten. Mist. Ich hab ja grad gedacht, der fiebe mich. Ich hab's gut gesetzt, ich glaub schon. Nein, zuerst links. Nein, du rutschst doch runter. Jetzt wird er rechts setzen, glaub ich. Jetzt wird er rechts setzen, glaub ich. Ich glaub ich. Wo ist die Beamen? Was hat's? Ich hab's nicht gefunden. Vielleicht gibt's es. Nein. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Du musst schauen. Normalerweise sind so eine Fernbekleinung mit einem Knopf. Ja. Du bist halt nicht. Ich hab's nicht gesehen. Wo ist das? Was ist das? Okay, los ist das. Oh, du kannst du nichts mehr da, gell? Oh gut, du kommst vor einem E-Trad. Das ist recht. Ich hab's noch zwei Wiener raus. Und meiner ist letztes M-Trad. Oder? Genau jetzt! Oh gut, das bringt dir nichts. Komm ich da durch. Nein. Fies, jetzt hab ich auch nichts zum tun. So hinter Flammenwerfer. Nein, dem ist mir nix. Unterfall. Lenkrakete, das könnte sich ausgehen. Ja, aber kein Stress. Kein Stress. El Cierglo. Brenner. Entertain. Oh nein. Was ist denn da drin? Es ist wie das fies. Was ist das bitte? Oh mein Gott. What the fuck is dat? Warum bringt das nix? Das ist ein Minigun. Vielleicht musst du das ja noch verwenden. Keine Ahnung. Boah, Leben. Sie bringt auch was. Oh, Alter. Jede Rund zieht sich da jetzt fest, oder wie? Ja. Ach, nein. Gibt's einen Baseballschläger? Nein. Ach, nein. Aber du schießt mich nicht auf. Das wird nix. Du stehst schlecht. Wenn du zuschlägst, schlägst du nebenbei. Wenn du zuschlägst, schlägst du nebenbei. Nein, Mr. Wurm. Er war so super Wurm. Mr. Wurm. Es gibt Rache. Ja, jetzt kannst du meinen ersten umbringen. El Cierglo. El Cierglo. Was macht der? Ein Brenner. Ich darf nur keinen Schadentum jetzt nehmen. Nicht springen, nicht springen. Das ist ungekehrte Psychologie, oder? Ja. Aber das war jetzt knapp. Gerade so halt. Ja. Ja. Aber ich glaub, ich schaff's nicht, dass du oben fliegst, wenn ich dich hab. Halleluja. Nein! Nein! Victor, Victor, Victor! Was hast du für ein Akzent da? Was hast du für ein Akzent da? Ich mag's? Ähm, Partygirl, oder Werbung, oder Zicke, weiß ich gar nicht. Ich hab Boxenkommendanten da. Boxenkommendanten. Weil du teppertest. Nimmst du oben steht. Ja, genau. Vielleicht komm wir vorbei. Nein. Du nimmst zu viel Damage davon. Solang's dich nicht bewegt, passiert. Nein! Wisch! Nächstes Mal, Kobi, weiter. Jetzt hörst du natürlich den Umgangs wieder. Ah! Bist du teppert? Was hast du gekriegt? Boah! Mach's so spannend. Ja, Schlag bitte! Schlag, Schlag, Schlag! Also du willst grad aus. Oh! Da geht's jetzt was. Was machst du? Ah! Wie? Wieso? Ziel! Du musst schon richtig. Ja! Du musst schon oben lassen! Du hast es überlebt! Ja! Und er brennt! Aber du musst schon oben lassen! So geht's nicht! Ähm! Schieß rauf! Dann explodiert der Boden unter mir und ich fall runter und nehm Fall den! da geht's! Ich tue wie eine Leckerkette! Ich tue wie eine Leckerkette! Ich tue die Leckerkette! Fuck! Ups! Ich hab nichts gesagt! Ich tue mich! Aber... Jetzt bin ich gespannt, was du machst. Hast du einen Luftangriff? Na gut, ich bin eh geschützt. Hä? Nein! Was ist das Falsche? Was ist das? Wenn du es nicht ausführst, bist du eh nix. WTF ist das? Ah, der Reporter! Damit ich wenigstens noch irgendwie eine Chance fähre. Na ja, das hättest du auch machen können. Ja. Aber ich hab jetzt ein Schaf. Du kannst dich rausbrennen. Ich hab jetzt ein Schaf. Wobei er Luftangriff macht. Ja, ich würde es eh machen. So. So. Das hat gar nicht so viel Schäden gemacht, oder? Doch! 50. Ist das zu Recht? Undercamber. Was tust du? Ich will springen und zurück das Ding A. Fick's nicht A. Oh Gott. Du musst da oben ändern auf den Enderstergen. Ja. Ich kenn das, ich kenn das. Ich hab auch gedacht, A ist. Das ist ein bisschen komisch. Ein bisschen. So. Teleportier dich. Überfall. Wo ist der Teleporter? Rechts oben. Eine Mine. So viel war es in seiner Zeit. Intercept. Rückwärts. Jetzt bist du wieder unten. Was machst du denn jetzt? Aber da kannst du dich nicht mehr wehren. Achso. Scheisse. Ja komm. Hauptsache in eine Bomber schießen mein Ding. Extrem weit. Aber wenn ich einen Luftschlag mache, geht das 5mm. 5mm. Ich probier mal was interessantes aus. Ich probier mal was interessantes aus. 5mm. 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 6mm. 5mm. 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 So, das sind Coins, die man... Glaubst du? Ja. Sie bringen mir was? Reddits, damit kannst du dir verschiedene Sachen kaufen. Das ist aber doof. Rüben Sie das automatisch rüber. Für welche Spinteresspiele. Oh! Jetzt fliegt sie mal runter. Jetzt rüben sie genau zu dir. Oh nein, bei ihm. Erstes Mal. Ich bin gespannt. Ob das was heißt. Das war jetzt aber geil. Lebst du? Jetzt muss noch eine Granate rein und ich bin tot. Ich bin tot. Mach mal einen Maulenwurf, oder? Clusterbombe. Scharf. Ah! Da kann man selber lenken. Ah! Sehr gut, dass du wissen. Jetzt habe ich mich schon wieder versaut. Aber du kriegst deine Masse. Ich bin tot. Äh, was ist das? Luftangriff? Ja, viel Spaß. Wenn du dich da durchschießen kannst, bist du gut. Das wird so was für in die Hosen gehen. Alter, bist du zu deppert. Das kann wirklich ganz schön eng werden. Alter. Ja. Es geht nicht. Das wird wieder abbrechen. Ja. Eben. Uh, jetzt ist es krumm. Aber ich glaube nicht, dass es heute ist. WTF? Das war so geil, wenn du wieder rein gegangen bist. Nein! Das war eine geniale Türe. Das war kräg, dass du es nicht wieder zurückgerissen. Das war eine Lenkrakete. Ah! Okay, die zwei Schoten waren zu unerlich. Das war so geil. Jetzt sind wir zu mir noch nicht mehr. Was machst du denn jetzt? Ach, nein. Ich wollte das nicht mehr tun! Gah! Ich bin stolz, dass du dich reifest. Das ist nicht egal. Bist du wohl noch ein Problem? Schau mal, was haben wir denn noch? Jetzt bist du knapp. Habe ich noch eine Lenkrakete? Nein, den habe ich auch schon verschaut. Verschossen. Verschaut. Verschaut, ja. Habe ich auch. Gar nichts mehr, was mir immer springen kann. Ich gehe mal runter. Brenner. Hä? Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Das wird nicht super. Aber du bist nicht. Ich mache mal so. Heilige Handgranate, oder was? Ja, Heilige Handgranate. Ah, du hast es gar nicht gesehen. Das geht dich aus. Das geht dich aus. Überlebt es bitte. Äh, wenn du mich umbringst. Nein! Ich wollte ihn nicht tönen. Ich wollte einige Handgranate schießen. Das geht mit dir. Oh, den taumps. Halleluja. Jaja, das war jetzt da mit dem. Tschau.